Hallihallo-Dischen und ein wunderschönes Willkommen zurück hier bei Shellshock Live mit Strobo, Daki, Dra und Mirr. Hallo. Surfte mal alle durcheinander Hallo sagen? FL2! Hallo! FL3! Jaaa. So. Und dann würde ich sagen, ich klicke mal auf Ready. Jetzt ist der Strobo, nämlich der Horst. Ja, der kennst du mit den Einstellungen. Ja, der Horst ist mir eigentlich egal. Ach du Scheiße. Marksman, also wir müssen die Zielscheibe treffen. Wir müssen die Zielscheibe treffen. Oh, ohne die starken Anzeige bist du gemein. Wer ist dran? Ich. Naja, ich bin dran. Wie ohne die... Wie ohne die... Achso. Da leuchtet's rot über Strobo. Okay. Ja, das steht jetzt für dich echt scheiße. Und man muss ja halt immer treffen. Sonst bist du weg. Steht gut für den Strobo, ist mir egal, das brauchen die Treffen. Ja. Oh. Ups. Mhm. Das geht recht schnell. Aha. Das ist richtig schlecht. Warum spielen wir's dann? Ist ja auch mal interessant. Weil man vielleicht auch mal trifft. Wie heißt der Modus? Marksman. Marksman. Was ist das? Hä? Das war meiner. Oh. Tra. Weh, du triffst mich, Alter. Dann treff ich dich. Ist egal. Achso. Dinger waren halt immer kleiner. Genau. Na geil. Wer zuletzt übrig bleibt hat gewonnen. Wer zuletzt lacht hat... Oh, Alter. Ja, jetzt knusseln. Ja, Alter. Ganz hoch, hier, kurz neben die Zahl. Äh, noch höher. Du siehst das doch, Groni. Hast du ne Ahnung, ich seh doch dein Rohr. Hahaha. Hahaha. Was? Ich hab meine Python gerade aus... Kann ich auspacken. Ey, Mann, willst du meine... Ey, was willst du mit deiner Python? Wenn das Ding nachher quer liegt, siehst du doch nichts mehr. Ah. Die Idee war geil. Knusseln. Hahaha. Das wird langsam richtig klein, ne? Na, wenn ich jetzt dran wäre, hätte ich... Angry Bob Angriff! Hahaha. Guck mal, der Strohbo ist schon raus. Was ist denn mit dem los? Hahaha. Ha. 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 Da war ein bisschen scheiße. Ja, ja. Jetzt kommt er mit der Ausreden. Wiiiiiii. Ach, klar Doppel Damage, nur mit eingesammelt. Jetzt mach du mal. Höh, Ulu. Ja. Ähm. Was nehmen wir denn hier? Hier. Gucken wir mal an. Ha. Hast du das gesehen, Mann? Oha. Guck mal, die Ziele werden leer. Oh, ist das scheiße. Vor allem Trauer, Alter! Du hast jetzt voll die Probleme, oder? Du fährst ein Stück runter. Achso, ne. Trauer ist ja gar nicht dran. Ich dachte schon. Es geht ja wieder weg. Ja, ich dachte, Trauer ist dran, deswegen. Ja, es wird halt nicht unbedingt leicht, und am Ende hast du halt so Scheißdinger, wo im Prinzip gar nicht mehr gerade ausschießen. Das ist halt so die Schwierigkeit dran. Deswegen möchtest du dir überleben, was du nimmst. Mhm. Oh, ne, ne. Weil du wirst bestimmt kein... Alter. Kann ich es lassen. Kann ich es lassen. Kann ich es lassen. Wenn ich jetzt Moons hab. Aber ich hab keinen Moon. Airstrike? Nein, ne. Ja, mit einem Airstrike müsstest du aber auch erstmal so eine Kugel bis dort hinschießen können. Aber gut, könntest du vielleicht, wenn du eins nach vorne reintriffst, wenn du einschießen? Also, ich hab gar keine Chance, da hinzukommen. Schön. Schießt das hier schon selber ab. Naja, was will ich machen? Ich komm da nicht durch. Na, dran nach unten schießen ist nicht so gut. Mein Controller spinnt. Naja. Controller? Du spielst es mit dem Controller? Nein. Bei mir ist der Controller angegangen und jetzt hab ich das Problem. Ihr dreht sich alles. Ich krieg's nicht aus. Würde ich jetzt auch sagen. Ja, wie? Oh, nein. Oh, nein. Alter. Das ist ja auch nicht schlecht. Krass. Du hast noch mal gewonnen. Oh, ich kann auch mal gewinnen, Alter. Hiiii. Null Damage, was? Achso, wir haben alle. Oh, nochmal. Ja. Ja. Irgendwie macht das nachzuladen. Brauchst du nur, dass mein Kreisel sich nicht wieder dreht. Was das Problem ist, wenn Stroh und die Karte so eine scheiße einsteigen. Ey, Global Rank 483 tausendster. Ja, ja, klar. Das, ja, dauert noch ein bisschen. Auf, Draht. Klick. Klick. Warten wir mal alles nur auf mich. Klicke, ja. Klicke, ja. Klicke, ja. So, jetzt aber mal richtig. Da, 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 da. Ich drehe mich immer schon mit dem Hührendorf. Siehst du das? Boah, das ist scheiße so. Ob ich da den treffe? Am besten gleich mal mit dem. Bing. Oh, guck mal. Kriegst du sogar ein Häkchen? Ja, ich habe ein Häkchen gekriegt. Ein Fleißhäkchen. Nja. Wer ist ein Randacksschädel? Erdbeben ist auch eine sinnvolle Sache für hier, ne? Ja, die schießen ja immer erst. Hm. Es gibt nur welche, diese Gravity heißen die, glaube ich, oder? Hm. Wie heißt der? Gravit... Grav... Nee, ja. Oh, ja. Schön. Ja, mach mich doch in ein Loch rein. Komm. Mach mich doch fertig, Mann. Ja, Dra. Ja, Dra. Du, Dra. Dra. Was ist da so ein Problem? Ja, Dra. Das war nix. Das war total. Nullu, Dra. Ja, Scheiße. Ich habe jetzt aber auch ein Loch. Irgendwie wär's denn mit Controller abziehen? Hm? Hm. Warum meinst du dreh ich mich immer noch? Haha. Ich bist nicht. Mit Controller abgezogen hat. Der trifft nicht. Jetzt drehst du dich aber nicht. Nee, ich stehe auch mal Ecke. Du bist halt scheiße. Weißt du, wenn die Portale halt so stehen, dann stehen sie halt so. Ja. Du. Mit ner Glock. Mit ner Glock, Mann. Da macht der... Was? Ich frage Goni aufs... Ich frage Goni aufs... Ich frage Goni aufs... Wir kommen... Regenbogen aus'n Arsch! Ja eben. Das war das abgedacht. Wir kommen Regenbogen aus'n Rohr. Alter, wie weit kannst du fahren? Ja, das kannst du ja leveln. Das sind ja die Inger, diese Ba... Genau. Diese Bäume. Aha. Kannst du jetzt aber auch machen. Du bist ja ne Woche nicht mehr drin gewesen. Im Prinzip kannst du dich komplett neu leveln. Weil du nirgst. Ich muss erst mal... Ich muss erst mal treffen. Ja, ist aber groß genug, ne? Also kanns ehrlich. Kannst du ja so ne... Liter Waffe nehmen, ja. Hahaha. Hast du das gesehen, Mann? Hahaha. Hehehe. Freut er sich mit so Krümel. Ach gib's doch zu, du bist mit Blankrad. Ne, 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 ja. Hey, verrat das Cap. Ähm. Oh ja, schön. Dann sind wir noch zu groß, ne? Du, 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 du. Das bringt mir nicht, das bringt mir nicht, das bringt mir oh nischt. Das macht Sinn. Vielleicht... Ich weiß es nie, ich weiß es nie. Oh, Alter. Voll das Pupsel-Schild jetzt. Hahaha. Oh Gott. Und meins kommt dann ganz rechts oben in der Ecke oder so, weißt du? Der guckt... Der guckt hier rum wie auf der Autobahn mit dem Ding. Turn 5. Hup. 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 Ich mach Erdbeben. Hup. 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 Ich mache Erdbeben, Erdbeben, nachbeben, nachbeben. Ne, es ist aber nur ein Schuss. Was hast denn du noch? Rainbow hast du nicht mehr. Sniper. Sniper, wo ist sie? Naja, schade, Matthias. Aber gut, jetzt darf nur noch einer gewinnen. Dramus noch. Ich glaube, da reicht es drei Folgen. Was? Oh, ich habe eine Palme als Waffe. Was mache ich damit, verdammt? Hans, die geht hoch, explodiert über dem Ziel und macht dann wie so ein Palmenregen. Das, was Darky gerade eben eingesetzt hat. Genau. Das Palmas. Das Palmas, genau. Aber wie lange geht die Aufnahme eigentlich noch? Ja, wir haben doch gerade erst angefangen. Ja, eben. Deswegen, ja, weil die mich immer noch drehen. Achso, du brauchst Ende. Ja, gut. Spin my... Ach, ich schon? Du bist... Ich, 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 ich. Du bist... Ich mach mal ein... Du bist... Aber das Spiel unter Verschwerden... Verschwerdenerbindung, genau. Verschwerdenerbindung, genau. Verschwerdenerbindung, genau. Oder vielleicht auch Entbindung, ich weiß es noch nie. es zeigt auf jeden Fall die Falle ja ich bin ja auch dran ne du zielst runter ich bin ja auch dran ich bin ja trotzdem dran alter, ja komm wunderschön wunderhübsch er sogar für mich treffbar so ging dir was sorry so die Panzerluke aufmachen und schon hab ich gepackt na guck ihn mal an, da geht er, da geht er, da geht er, da geht er rein ja der poppelt erst mal alter wie so ein Glücksrad ist jetzt alter ich bin der Herr des Rades voll das Glücksrad ach komm jetzt hab dich nicht so ich glaub das lass ich drinnen hier, die Runde wird spaßig scheiße na einfach nach oben Glücksrad das funktioniert so nicht so ich brauch jeden Fall einen Zettel, ich muss mir die Waffen gut mal aufschreiben ich muss mich nicht so moderne ich weiß es nicht was nehm ich denn jetzt, ich nehm mir einfach das das ist doch egal Treffer! Wunderschöne! Wunderschöner Treffer! Du hast einen wunderschönen Treffer! Alter der guckt hier... Wie auf der A4! Das kannst du doch nachher in der nächsten Pause auch mal ein neues killen! Will ich nie! Ich bleib so wie ich bin! So bleiben wie ich kind! Ja! Das ist so schön! Das ist so schön! Das ist so schön! Ich find das super toll! Ich hab abgeräumt! Ich schenke dir kleinen Zonk! Brauch ich nicht! Ich hab jetzt einen Bruder! Nein! 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 Das musst du dazu sagen! Du weißt schon, dass das jetzt in der Hoffnung ist! Der Account auf meinem Bruder heißt Zonk! Zonk? 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 Ich hab meinen Bruder! Weißt du? Dann geht's vor! Alter! Der war so unüberlegt wie es los sein könnte! Oh der war nett! Scheiße! Den hätt ich mir aufheben sollen! Alter! Es regnet! Oh Gott! Weil im Prinzip zählt's ja auch! Wenn du jetzt nicht getroffen hättest und die fallen rüber und treffen hättest! Ja ja! Klar! Hauptsache es trifft! Würde ich jetzt behaupten! Guck mal! Der Strohbau hat nen Stand! Was ist denn das? Was ist denn das? Was? Alter! Was stimmt denn mit euch nicht? Generator! Das ist süß! Oh alter! Dra ist dran! Der Dra ist dran! Wie soll denn der dort sich treffen? Ey mit einem kleinen Griff kannst du durch ein Schlüsselloch ein ganzes, ganzes Zimmer streichen! Ahhhh! Ahhhh! Süßester! Schade, schade! Ein Glücksrad mehr! Wer ist denn jetzt nochmal vielleicht dran? Ich! Da ist er dran! Enemy! Pio! Pio! Alter ne! Hier machst du was mit ey! Ja! Ich schieß! Ich trau mich nicht! Ich trau mich nicht! Boah alter! Bang! 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 Hast du gesehen? Das Robo! Heute mal richtige Herausforderung! Boah! Oh Gott! Oh Gott! Du schaust dir gleich daneben! Jetzt macht der Erdbeben! Weissste! Weiiiiiii! Was? Ach wie süß! Wie süß! Ja! Na klar! Warum nicht! Noch weiter hinterher gehts auch nie, oder? Ja, geförd ich doch über meinen Treffer! Na ich weiss! Aber ist doch unfair! Guck mal den Strobosense an! Ja fahr doch hin! Ich kann nie! Ich fahr bloß 2 Meter! Ja gut! Ja damit gehts nicht! Boah! Alter! Alter! Okay! Da musste ich jetzt aber lachen! Entschuldigung! Das war ja jetzt auch also! Hä? Hä? Ähm! Habe ich hier auch was hübsches? Nö! Das ist alles scheiße! Das ist gut! Was ist denn das Kleiner mal? Ich weiss es gar nicht mehr! Weissste! Was macht das denn? Ach! Guck mal an! Das geht! Gravys hießt! Nicht Grannys, sondern Gravys! Alter! Wollt ihr da rumpallern! Alter! Ein Hungry Bird war das! Mhm! Ein Hungry Bird? Ja! Das war's dann! Willkommen auf der Ersatzbank! Auf der gleichen Zeit in dessen Leben! Was ist denn? Was ist denn los mit dir? Ach so! Du hast doch getroffen! Scheiße! Ja! Öhm! Hm! Hm, 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 hm! Auf! Auf! Hör mal auf! Der hat Erektionsprobleme, Mensch! Ja, ich nehm! Ich find den richtig mal hochkriegt! Ja, kommst du aber ganz schnell wieder runter! Oh no! Und dann baut er neben sich so einen schönen Hügel. Ja, damit er dann links nicht mehr treffen kann. Och ne. So, und ich krieg jetzt... Alter! Ja, Alter! Alter, Falter. Alter, das war knapp. Das war knapp, Alter. Ich würde mal sagen, das war überhaupt kein Problem. Der ist gleichzeitig auch der Bergsteiger, ich merk schon. Hilf wäre natürlich jetzt, wenn er in das Blaue auch die Chancen hätte und mit dem Gelben getroffen hätte. Alter, Alter, was ist denn? Oh, das find ich gut. Das gefällt mir, du. Was? Wo? Ach Gott. Ja, oh Gott, da kann ich ja fast... Kann ich ja fast Messer nehmen. Ach, schön. Ja, komm. Na, komm, dann ist es auch ganz gut, ja. Ja, jetzt heul nicht rum. Ja, noch größer ging der Ball ohne, ja. Das ist Bonus-Blood. Ach, die Sicherheit. Wuiiii. 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 Und down. Nee, down. Nee, down. Nein, nein. Warte, dann machen wir auch wieder auf. Oh, nee. Oh, jetzt aber. Gibt's doch nicht. Wird das noch kleiner, oder? Nee, ich glaub, das ist die minimaler Größe. Boah. Also, das Spiel ist so gnädig und lässt dir noch was zum Treffen. Weg, Wacher. Das ist schon wieder schwieriger, ne? Wenn das noch kleiner, wenn das noch kleiner wären würde, würde irgendwann so ne Meldung unten stehen, bitte jetzt die Lupe herausholen. Bitte jetzt einmal in der Mitte treffen. Ich glaube, das ist ja nicht so. Äh. Ist zu weit. Das ist mir doch nicht mehr. Außer Lucky Shot. Oder hat noch so ne Sprayer Waffe? ALTER! Ja, was? Der letzte. Das letzte. Das letzte, Alter. Das letzte. Weiß, ey. Wie soll ich das denn wieder treffen? Da, ne? Ich find's gut gut. Boah, der letzte. Alter, ich hatte gerade echt Schiss. Ich dachte so, Alter, trifft doch. Alter, was schießt du denn? Was schießt er denn da rum? Ist ja geil. Och nö. Oh, 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 das wird ja richtig spannend hier. Ach du Kacke. Hab zwei XP, Reul. Das, das. Oh, ich hab Angst, dass ich damit nie treffe. Wenn Sprayer waffen muss. Was ist denn der Ringer? Ringer meine Eier? Nee, das ist nichts dafür. Ringer ist ein Schuss. Das geht auf und dann musst du am Rand von dem Ring stehen. Das hilft jetzt, glaube ich, nicht so gut weiter. Nee, mir hilft gerade bloß zwei was weiter, aber ich will das eigentlich noch nie verschwenden. Das ist es ja. Ach komm. Hab ich Kreuz gekriegt, da ist kein Önigstof, ja. Wie heißt der? Das war Creek, heißt der. C-R-E-E-K. Ja, das ist ein Squid. Hm, ja, nicht ganz. Der und seine Bonus-Bloot. Ja, nee. Ist dein Ernst jetzt, oder? Vielleicht abprallen nach oben. Ich hab aber überhaupt die übelsten Scheiß-Fahrzeuge. Ja, das war die Ähnste, die ich für so eine Entfernung nehmen konnte. Das heißt, entweder hab ich verdammt viel Glück des nächsten Schusses, oder ich hab ein Problem. Ja, noch muss auch der Strobo erstmal treten. Ja, der hat noch was. Guck an. Der hat ja Erweiterung von meinem Schuss, oder? Boah. Nein. Boah, wie soll ich denn? Nein, das wird nichts. Ah, irgendwas könnte ich probieren. Wenn man das trifft. Alter, schade. Schade, 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 schade. Ah ja, gute Runde, gute Runde. Ich mag die Musik trotzdem. Ich hör dich gern, ich hab das gern, wenn du gewinnst, da kommt immer die Musik. Na gut, mein Lieben, würd ich sagen, oder? Oh, Upgrades available, warte mal kurz. Ach, du bist schon wieder Level hochgestimmt, oder? Ja, weiss ich nicht. Assassins spielen? Als Game-Mode? Ich kenne den nicht mal, aber das können wir vielleicht in der nächsten Aufnahme dann machen, ja klar. Also gut, würd ich jetzt eh sagen. Schau, geht los. Bye bye, meine lieben Freunde. Und danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Shellshock Live. Mit dem, dem Draht, dem Strohboot, dem Knusperkopf und meiner Wenigkeit im Darkie. Also, danke fürs Zusehen. Schaui. Haut doch rein. Tschüss. Tschüss. sec Steve